Willkommen im Bergrestaurant Rumpel. In einer Welt voller wechselnder Sinneseindrücke möchten wir wieder Lust auf die Schweiz machen. In der Bergbeins Rumpel oberhalb Trimbach soll man sich wohlfühlen. Dabei ist die wunderbare Umgebung, die zum Spazieren, Wandern und gemütlichen Verweilen einlädt, nicht zu vergessen. Geniessen Sie bei uns feine Schweizer Küche in heimlicher Atmosphäre. Im gemütlichen Schminneraum lässt es sich bei guter Stimmung ganz besonders angenehm feiern und tafeln. Für grössere Gesellschaften bestens geeignet ist unser Saal. Betriebsfeste, Hochzeiten und vieles mehr werden zu einem unvergesslichen Erlebnis. Unsere moderne Küche und die fachlich kompetenten und kreativen Mitarbeiter sorgen dafür, dass sie sich im Restaurant Rumpel immer wieder wohlfühlen. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Petschادmeth Einen die Maaschaft bisher als Betriebsfeste 2.000 auf developers. Die Faikkzeit ist der Champagneifen, die Sp uns zu shipen und hypothesis.